Also Berlin ist sehr, sehr schrecklich. Kann man sagen, dass Berlin insgesamt grässlich ist? Ja, wirklich die schrecklichste Stadt der Welt. Die schrecklich, entsetzlich? Entsetzlich. Widerwärtig? Ja. Ekelerregend? Ja. Das ist Literatur, als Literat darf man so etwas sagen. Als Nachrichtensprecher nicht. Das stimmt. Aber als Literat können Sie sagen, ich habe ekel Gefühle beim Gedanken an Berlin. Mhm. Ich möchte dort nie wiederfinden. Ich beneide Sie. Ich bin ein...